Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Fuma, heute dreht sich alles um Everspace 2. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und natürlich auch Guides, meine lieben Freunde, wie auch den Platin-Guide. Checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus, meine lieben Freunde, das war das letzte, was ich zu Everspace 2 gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt gerne auch dieses Video aus, eines meiner anderen Blockbuster. Und das sage ich immer so schön, bleibt gesund, nach dem Intro geht's los und Semper Fee, lassen wir es richtig krachen. Let's do it. Ja und damit eine recht herzlich willkommen zu meinem kleinen Video Mainframe Erweiterung. Es geht heute um das hier, die Mainframe Erweiterung. Ich möchte euch die in einem kleinen Video etwas näher bringen an dieser Stelle, aber doch als allererstes vielen, vielen lieben Dank, meine lieben Freunde. Vielen, vielen lieben Dank für eure Abos. Das ist der Hammer. Ich glaube 70 Abonnenten habe ich jetzt mehr bekommen, seitdem ich Everspace 2 angefangen habe. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, in allererster Linie darf man Mainframe Komponenten nicht mit den Routinen Upgrades verwechseln. Weil Routinen sind ja die Routinen, die wir einsetzen können, die dann immer einen Cooldown haben im Kampf. Hierbei, bei den Mainframe Erweiterungen geht es grundlegend um Attribute. Attribute für unser Schiff. Das bedeutet als allererstes, ihr nehmt diese Mainframes, nehmt ihr mit, wenn ihr die Schiffe wechselt. Also ist das völlig Schnuppe, was ihr für ein Schiff habt. Ganz klar. Wie bekommt ihr Mainframe Erweiterungen? Mainframe Erweiterungen bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel... Dadadada, dadurch zeigt das jetzt mal, wo ist denn jetzt schon so ein Blutzongebiet hin? Da. Ja. Hier, es gibt keine Mainframe Erweiterungen. Ich... Nein, doch. Doch, doch. Stimmt. Top, top, top. Hier, ihr seht das. Standard-Herausforderungen. Ihr bekommt immer eine Mainframe Erweiterung, wenn ihr pro Planet oder Asteroiden fällt oder wo ihr auch seid in dem System, wenn ihr dort die Standort-Herausforderung klärt. aufklärt macht löst wie immer ja ihr seht das hier hier waren das 6 geheim verstecker standard herausforderung das heißt ich damit herausforderung war bei diesem dort die kion klippen also diese ja diese von diesen ehemaligen von den vorgängern da ich nenne sie ja von der vorgänger halt diese dieses rätsel zu lösen das rätsel zu lösen und das war die herausforderung dann habe ich eine mainframe komponente bekommen so jetzt gucken wir mal weiter so hier haben wir nämlich das nächste es gibt also auch bestimmte orte an denen bekommt ihr eine mainframe erweiterung wenn ihr die herausforderung als die standard herausforderung löst und es gibt zusätzlich dann auch mal mainframe komponenten so das ist schon mal klar denke ich jetzt gehen wir mal wieder zurück halt nicht in die upgrade zum schiff nein ich wollte ins inventar so hier im inventar mainframes es gibt immer drei mainframes die braucht man um eine mainframe erweiterung ja zu basteln zu aktivieren wie auch immer um sie zu kräften so das ist auch klar so drei stück ist nachher eine hier drei mainframe komponenten sind eine mainframe erweiterung jetzt noch was ganz wichtiges was ich erzählen will ich habe wie ihr seht die beiden hier geskillt feuerkraft und effektivität so da die beiden habe ich geskillt weil ich das einfach mein kampfstil ist oder mein spielstil und ich wollte unbedingt das achievement haben ist aber völlig egal für den erfolg braucht ihr beide auf maximum mindestens zwei ja so aber was ich genau erklären will ihr seht das hier schon unten erhält boni von der mainframe erweiterung 25 prozent getunter energiekern und überladene schilder gucken wir uns mal die getunten energiekern an da 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 seht ihr jetzt schon 465 und da steht es auch 465 getunter energiekern 465 feuerkraft so und dann kriege ich aber auch noch überladene schilder überladene schilder das war schilder sind hier da haben wir es noch mal da da überladene schilder 524 524 feuerkraft also achtet bitte darauf bei den zusatz boni und ich habe das auch schon in einem anderen video erklärt ich glaube in meinem crafting und skill video habe ich erklärt welche boni welche waffen hat weil das sind hochwertige an dieser stelle muss man sagen das ist noch ein meisterstück dazu das ist noch ein bisschen was anderes aber hochwertige module oder hochwertige waffen geben immer drei boni dazu drei boni aber das habe ich in einem anderen video erklärt will ich hier nicht erklären so ich jetzt hier das auch hier aber haben wir keine boni bei irgendetwas weil die beiden noch nicht ausgespielt die drei sind noch nicht gespielt so jetzt gucken wir aber mal hier legendäre geben grundlegenden boni die aber nicht mit der mainframe erweiterung zusammenhängt gucken wir mal weiter hier lokalisator bei der effektivität lokalisator guck man mal hier da ist der lokalisator da haben wir es 414 effektivität das heißt also achtet bitte auch mal darauf in was für eine kombination ihr seid ja jetzt ob die das optimiertes frachtmodul gibt mir präzision 527 deswegen habe ich auch die präzision hochgepackt und jetzt guckt mal wenn ich die präzision weiter hoch level bekomme ich boni zehn prozent aktuell das steigt aber wenn wir das jetzt mal runter nehmen so jetzt sind wir das runter jetzt habe ich null prozent drauf jetzt sehen wir uns mal runter 5 10 prozent erweiterung und dann haben wir dann halt die jetzt kriegt man noch die boni dazu der packt also bei der präzision weil ich solche module und waffen kombination habe aus dem überladen schild aus der optimierten nanopranserung aus dem lokalisator und optimiert es also aus allen vier modulen und das kriege ich dann gesamt und das macht mein schiff sehr sehr stark das wollte ich euch noch mal ein bisschen näher bringen achtet da mal bitte wirklich drauf wo ihr die meisten boni bekommt und ihr könnt gezielt darauf skillen alles klar soweit wunderbar ja und was soll ich dazu sagen bleibt gesund mein lieben freunde und ihr kennt mich gern ein däumchen oben da lassen wenn ihr fragen habt ab in den in die kommentare damit bis dahin bleibt gesund und wenn ihr fragen habt dann schreibt es mir gerne in die kommentare auch eure meinung ist mir wichtig also lasst die tasten glühen und rein damit in die kommentare mein besonderer dank geht an meine kanalmitglieder ihr haltet den laden als master und commander hier am laufen danke für eure treue und euren support sempathy euer fuma